So Leute, Zeit für unsere LockedLeague Ihr seht es ist ein Spezialevent Wir haben noch 2 Wochen Und wir kaufen uns diese goldenen Laternen Diese 5, die es gibt Alles andere ist kacke Also gefällt mir nicht Wir haben Neuigkeiten Laternenlift Jetzt die Video Shop holen Hebe dein Team mit dieser festlichen Laternenlift Exkursion zum Sieg Perfekt, das lernen wir zu feiern Wir können einen Shop kaufen Aber Ich, dann müsste ich mir so So Dinger kaufen So Coins Wie das heißt Mach ich nicht Aber wir können sie angucken Naja Gibt's schönere Gibt's schönere Gibt's schönere So Ähm Ja Wird gut noch gepasst Zeit lang geht es um die Aufgabe Wir müssen einmal 50-50 Guru Spielt 3 und schon mit den Yin-Yang Raidern Das werde ich jetzt noch anlegen Die habe ich nämlich Echtertödlich Echtertödlich Schießt unser 5 Tore In einem Lied Echtertödlich 5 Tore schießen Ich selber Wird Ist möglich Also die 40 Paraden Verlore Tore und Spielen Gut 40 Vorlagen Also hereingaben Vorlagen Paraden Das schaffen wir auch Haben wir schon mal gemacht Ja Also wir haben ja gerade Zurzeit ist der Montag Ja Montag Warte kurz Uhr Wir haben gerade Montag 0.54 Uhr Zurzeit der Aufnahme Ich habe den ganzen Tag geschlafen Also ich habe Sonntag Den ganzen Tag geschlafen Ich bin um 9 Uhr aufgestanden Ne um Um 8 Uhr Abends bin ich aufgestanden Also ich gehe am Samstag um 9 Uhr gehe ich ins Bett Und dann bin ich am Abend um 9 Uhr Also um 8 Uhr aufgestanden Tische durch meine Nummer kurz Wachen Aus Karten zu gehen Und das war's Dann habe ich erstmal gegessen Bisschen mein Mein Internet bisschen geguckt Und jetzt stocke ich Die ganze Nacht durch Wieder Ähm Ich kann die Nummer Ich auflösen Leute Weil ich kriege keine Mitglieder Das ist Gut Online spielen Wir machen Wir können ja gleich mal Das hier machen Ich muss extra Modus Tore schießen Ich muss extra Wir müssen noch Rammel suchen Wir haben keine andere Wahl Ich muss Rammel Spiele spielen Weil Moment mal Oh Oh Ich muss erstmal Die Räder anlegen Erstmal muss ich die Komischen Räder anlegen Die sind 3 Jotter Sie müssen hier unter Yin Yang Das sind limitierte Räder Normalerweise hast du die nicht Die habe ich mal irgendwann Auf die Kiste gezogen Ich habe einmal Schlüssel geholt Für Rocket League Einmal Damals gab es noch Kisten Ja Damals gab es noch Kisten Ja Das sind Das sind ja solche Komischen Jetzt ist ja komische Solche komischen Ähm Warte mal Guck was ich jeden Tag habe Entwürfe sind das jetzt alles Die kostet auch Geld Die kostet natürlich Ihr seht da 250 Dann so Dinger kosten 500 Die kostet 600 Alles entwürfe Die kannst du alle freischalten Das ist alles so Ja Dann musste Muss ich dann zahlen Muss ich mir solche Coins kaufen Okay Okay Ja Ja Kannst du jetzt ein Rampelspiel Wir könnten doch Wenn wir noch Schneefrei Ne Die anderen Dropshot kann ich nicht Das ist nicht meins Körbe ist scheiße Und Schneefrei ist auch kacke Wir suchen Rampel Ich kann es nicht ändern Leute Ich kann es einfach nicht ändern Was soll ich machen Ich kann es nicht ändern Wir müssen Suchen bis sie eins finden Sobald ich fünf Tore habe Kann ich ja Da wieder normale Spiele spielen Aber ich muss Fünf Tore Weil dann Ich würde nicht mehr extra Modus Playlist spielen Da ist der Punkt Und da ich Körbe So nicht kann Wenn ich dann ein Tor mache Das ist Glück Dropshot kann ich auch nicht Und Schneefrei kann ich auch nicht Also muss ich Rampel spielen Und ich muss aber Tore Und ich muss Tore schießen Wir müssten fast Ein Spiel bekommen Wo halt die Gene Die Scheiße sind Wo ich auch ein Tor mache Aber das ist Eher unwahrscheinlich Bei der Rampel sowieso Gut wenn ich die richtige Waffe habe Dann klappt das auch Oh Das ist schon ganz gefunden Wo sind wir? Oh Die neue Map Dort war ich noch nie Nie Das ist die neue Map Von der Terrenfest Da war ich noch nie drin Nie gehabt Jetzt spielen wir gegen zwei Klarmitglieder Alter ich habe ja voll den Leg Gerade wieder Die Frames haben noch keinen Bock Ich kann nichts machen momentan Ich habe zehn Frames Tor gemacht Für uns Jawohl Ich habe 20 Jetzt können wir mitspielen Aber Das bringt mir nichts Ich muss Selber ein Tor machen Mit Mit Vorlage Eine Vorlage Eine Vorlage immerhin das immerhin schon mal einen punkt vordere bekommt immerhin das also ein tor kriegen wir auch noch in irgendwie ich weiß zwar nicht wie aber irgendwie morgen von dem flow spieler bei das über ngc dabei national club ok ist da dazu kann man nichts machen nein 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 verdammte ich hätte bewusst sagt ich hätte es machen können scheiße mann nein 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 der wäre drin gewesen glaube ich scheiße mann ok da stand einer drin vom anderen ich weiß ob das mein tor gewesen oder seins sauber sein torschuss scheiße keine ahnung leute ich weiß nicht wer das tor durchgeschrieben worden hätte keine ahnung leute ich ich weiß ja mein glück dass ich den selber reingehauen hätte wenn er bald über dem tor vor dem tor springt da gehe ich nicht dran weil ich dann meistens selber rein haue und das kann ich nicht machen aber durch die pro spiel die wir haben das werden wir wahrscheinlich holen jetzt habe ich es gesagt und jetzt werden wir es verlieren scheiße ich fahr direkt vorbei man bin ich dumm einfach nur alter alter Aaaaaa Jawoll Was Ne Was für ein Wichser Nein Das war mein Tor Was für eine Scheißberechnung Nur weil der am Ende noch dran war Aber ich habe ihn doch ins Tor gemacht Das war doch mal mein Tor gewesen So eine Scheiße man So eine Scheiße einfach nur Ich muss ja nur durchhalten Ich muss ja nur durchhalten Geh mal eine Waffe Geh mal eine Waffe Der Kerl kann auch nicht Der Knight Eclipse Das ist echt gut Aber das läuft schon in der Gruppe Aber ich kann nicht Dort in der Gruppe einladen Und dann mitnehmen In den nächsten Spiele Das werde ich versuchen Aber mit dem Gewinne ich Wenn ich Wenn ich gewinne Kriege ich glaube ich auch mehr Laternen Aber Ich kann die Die Rocket Mann Scheiße Ich hatte keinen Boost mehr Ich hatte leider keinen Boost mehr Ich wollte ihn ja noch holen aber Ging nicht Egal Vier Tore Das schaffen die Auf keinen Fall Nicht machbar für die anderen Wäre das zu schön gewesen ja Wäre das zu schön gewesen ja Wäre das zu schön gewesen Wäre das zu schön gewesen wenn das geklappt hätte das sind ja glaube ich dass ich glaube ich die das beschreibt die gute die böse seite glaube ich wenn man sich sicher ja gewonnen wir haben gewonnen immer das da ist dann ok so nächste weiter spiel suchen ja was willst du machen die klips der ist einfach der ist mega gut ich will kein nächstes spiel also mit dem weil ich habe so viel fürchtung dass der genethe müssen wenn das jetzt der fall sein sollte heute wir gehen zurück so unsicher in diesem spiel finden und da ist er geht nicht habe ich keine rüste auf also ich lieber neu damit ich halt spiel finde wurde nicht dabei ist hoffe ich mal dann such mal das ging aber schnell das ging aber das ging aber schnell unter führung keine rocket labs arena okay ich habe zwei dabei die keinen klub haben vielleicht krieg ich nicht meinen klub lacht lacht das ist mir das lacktor wenn du den ball so erwischt im anstoß das allein geht ähm das ist nämlich ein lacktor tut mir leid ja auch nach zwei vom anderen auch nur von der seite ja da hast du kein ding mehr da hast du kein ding mehr das heißt mal ein spielstahl und nicht da sie lacht oder das ist mir scheiße erhebungs ding ist da was mache ich denn scheiße das wollte ich eigentlich gar nicht da wenn ich den sauna fliege mache ich ihn rein mit fünf tore machen hilft mir alles nichts ich brauche fünf tore leute ansonsten das ist das scheiße weiter Ja, der war Da hab ich Das war mir zu schnell Der kam genau von meiner Fresse Da hatte ich kein Das hab ich Das konnte ich nimmer holen Der war genau direkt Vor meiner Fresse Der Ball Der Ball war direkt Vor meiner Fresse Richtig mal Der war direkt Vor meiner Fresse, der Ball Das war gut Ich muss das genau abpassen Dass ich den genau kriege Das ist ein Witz Alter, nein Meins Jawohl Eins von fünf Eins von fünf Der wär so noch rein Aber ich muss den noch berühren Damit es mein Tor wurde Das war gut Da ist nur noch einer Der da spielt Oder was Hä? Habe ich das gut gemacht? Ich weiß es nicht Keine Ahnung Scheiße Vorbeigesprungen Erstmal vorbeispringen Erstmal vorbeispringen Das war nicht der Plan 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 Alter, guck dir diesen Scheiß Schuss an Ja Gott Da hast du Das werden wir wahrscheinlich Das könnten wir verlieren Leute Das wird Vielleicht haben wir Probleme Und wir werden das verlieren Leute Ich hab keine Ahnung Ich hab jemanden gefickt Ja Jetzt ist vorbei Jetzt ist vorbei Das haben wir verloren Auf jeden Fall Das werden wir nicht mehr holen können Das werden wir nicht mehr holen können Ist so Das werden wir nicht mehr holen Weil wir einfach Ja Dafür sind wir einfach nicht gut genug Alter Man, 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 man Ja, komm Also, vorbei Vorbei Schade 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 Hat nicht sollen sein Es hat nicht sollen sein Ach doch Den Ball Loch Einfach runterfallen Was ist das für ein Scheiß Ja, komm Gut Die waren einfach besser Die waren einfach besser Das war einfach Die waren Einfach Besser Kann man nix sagen Die waren einfach Die waren gut Die waren einfach Gut Die waren einfach gut Das ist einfach Das fakt Die waren einfach gut Machst du nix Machst du einfach mal nix Ja, das hat mir nur noch ein Begutachten Aber es sucht ja weiter Von dem her Von dem her Geil Es läuft Es läuft mit Es läuft Es läuft Ich finde das gut Ich finde das gut Dass ich schnell eine Wege finde Ich finde das gut Ich würde ja alle Spiele spielen Aber ich muss diese spielen Es ist einfach so Wir spielen nur vier Ich bin zwar sicher ein kleines passgucken wie viel ich gemacht habe aber egal jetzt sind wir nun im game ich kann hier aus ganz viel strafe also machen wir das noch zu ende so jetzt können wir mitspielen ich dachte wir waren jetzt dumm eingesetzt einfach muss man einfach so sagen ich darf man dumm eingesetzt alter alle wieder an der stacheln aua oh die auto spielen mit mir das war aber sein tor da haben wir noch reingegangen nein die gange die 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 ein andern da hat sich doch ein bisschen stacheln genommen oder ja was willst du machen 0 machst du 0 alter auch mal so eine scheiße es ist einfach schwer hier tore zu machen das tor ist halt nicht am ende zwischen der wand sondern man kann auch hinter dem tor spielen das ist genau der punkt troberg stadion ist eine schwierige arena ich sage nicht zehn jahre alt sieht so aus oder ja ich glaube schon ich glaube schon wo sind meine münchspieler alter nein das ist ein witz das ist ein witz oh die haben die verbindung verloren ich bin alleine ja genau fick dich alleine alleine vergiss es da gebe ich drüber auf alleine ich bin doch alleine weiter geht aber los also wenn ich alleine weiterspiele ja ja gut deswegen kann man wieder so runter tun ob ich jetzt allein weiterspiele genau genau sonst geht es ihnen gut oder haben die den internet abbruch gehabt oder warum sind die rausgekommen ich weiß es nicht 150 brauche ich oder ja gut ähm erstmal das hier das ding habe ich ja erfüllt ich nehme jetzt wieder meine normalen äh dingräder meine tonkopfräder die sind auch geil aus die sind auch geil aus die sind auch geil aus aber da ich ja äh da ich ja die live nicht sehe und so das war's müsst ihr euch noch nie vergessen müsst ihr hier mal kommentieren teilen und mich abonnieren bis zum nächsten mal tschüss